Der türkische Nationaltrainer Mircea Luchescu hat Teammanager Jürgen Klopp vom englischen Top-Club FC Liverpool für dessen abwertende Aussagen zur UEFA Nations League kritisiert. Jürgen Klopp ist egoistisch, wenn er die Nations League als sinnlos ehesten Wettbewerb der Welt bezeichnet, sagte Luchescu im Anschluss an das 0 zu 0 seiner Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina. Watter meinte der langjährige Coach von Schachtjoj Donetsk, Klopp wird es irgendwann verstehen, wenn er als Nationaltrainer arbeitet. Wir spielen nicht für einen Verein, sondern für ein ganzes Land. Und Nationalmannschaften sollten auch bedeutende Spiele austragen. Hohe Belastung der Spieler ist Jürgen Klopp ein Dorn im Auge. Klopp hatte nach dem 0 zu 0 seines FC Liverpool am Sonntag gegen Manchester City in der Premier League die aktuelle Länderspielpause und die damit die hohe Belastung für seine Schützlinge kritisiert und gemeint, wir müssen anfangen, an die Spieler zu denken. Weiter sagte Klopp, man könnte den Nationaltrainer eines jeden Landes anrufen und ihn bitten, deine Spieler draußen zu lassen. Aber er würde dir nur sagen, dass er selbst auch unter Druck steht. ... ... Bis zum nächsten Mal.